UNTERTITELUNG Meinen Gemeinderatskollegen mache ich ein Angebot, das können sie auf keinen Fall ablehnen. Ja, ja, uns am Mainz-Präsidenten hat halt schon ein helles Köpfchen. Für einen Krug Bier und das Margritchen mache ich fast alles. Wenn der Gemeindepräsident etwas sagt, folge der Gemeinderät. Der Gemeinderat führt sich wieder einmal gotteslästerlich auf. Aber dann üben wir den Geldzeckl schon auf. Also, meiner Bildschnitte hätte Pfarrer fürs Leben gegeben. Ernst, ich hatte das Gefühl, er hat zu Hause zu sagen. Aber da mache ich nicht mit. Zum Glück habe ich noch ein Hobby. Ich hoffe, die Glockenhang mit Lies im Kirchenturm. Dann kann ich darum heiraten. Mit meiner Fantasie erteile ich ihnen aufblasen Gemeinderät eine Lektion, dass sie noch lange an den Umgang machen können. Und ich unterstütze Thomas mit all meinen magischen Kräften. und ich unterstütze. Kommt auf morgen! Wir freuen uns auf Köln! Wir freuen uns auf YouTube! Jungs und die Ach Prime! Wir freuen uns auf Strang aufzubereiten!